Hallo, herzlich willkommen zurück bei Dark Souls 3. Hier ist ne Leiter, super. Ich habe den Weg mal gespart, bin hier zu Mimic zurück, bin ein bisschen abgezweigt, habe hier und da, bin ein Passage lang gelaufen, werdet ihr dann später sehen, wenn ich dann da bin, weil ich mich schon vertüddelt hatte, aber das werden wir alles wie gesagt noch sehen, das ist jetzt nichts großartiges, ich habe jetzt meine Seelen zurück, ich gehe jetzt mal hier hoch, ich gucke was jetzt hier ist, wahrscheinlich ist das da irgendwie zum Riesen hin. Was gar nicht mal so schlecht ist, dann kann ich den anderen Weg gleich mit euch zusammen, nämlich gehen. Toll, aha, doch nicht toll, doch, ist also gut. Okay, da kann ich runter, dann bin ich aber, wo bin ich denn da, ja oberhalb des Riesenscheiße. Oh, komm mal hier jetzt rüber, auch mal, das ist doch irgendwas passiert. Was ist das denn? Hm? Ah, ich muss mir mal ein Fernrohrshausen, sonst will ich denn vorne mal eine Explosion abhaben. Und? Ja, okay, da geht's runter. Ne, das will ich lieber nicht. Oh Gott. Mach ja, warum du musst, ey. Oh, sprunggeklappt, blitzbrotzen, okay. Ähm. Was ist denn, wenn ich jetzt hier runter, achso. Wer ist das denn? Oh nee, ne. Achso, alles klar. Okay. Ich wollte gerade sagen, ey. Hätte ich da einfach durchgekommt. Gut, dass das Gute ist, jetzt kann ich hier runter, jetzt kann ich euch den Weg zeigen. Das finde ich sehr toll. Ich habe was bekommen, das zeige ich euch vorab, bevor gleich wieder Gegner kommen. Und ich keine Zeit dazu habe. Ich habe einmal gepündert, das hier sind, nee. Hm, kenne ich aber gar nicht. Hä? Wo ist denn das denn? Na, okay, dann ist es wohl was anderes. Ach hier. Aber nee, das ist einmal ein großer Zauberschild. Ähm, das Ding habe ich gekriegt, ein Brenneisen. Macht gar nicht so viel Schaden. Ähm. Das war aber nur vom normalen Gegner. Ich habe da noch... Ach ja, dieses Set habe ich hier gekriegt, Hut des Uralten Zauberers. Einmal komplett blitzbrotzen, habt ihr gerade gesehen. War das andere denn eigentlich nicht gekriegt? Nee. Bin ich jetzt blöde? Was ist das hier? Na hier, hiervon habe ich auch noch ein paar gekriegt. Und hier, also drei Stück insgesamt. Bin ich jetzt blöde? Was wird es alles umdurchlösen? Hä? Leute, die haben mich beschissen. Ich habe das Ding eing... Fürstenasche. Ist auch nicht das. Warte, mich veräppeln? Das war irgendwas mit Drachen, wie ist das? Joa, keine Ahnung. Irgendwas habe ich... Ich kann euch gleich zeigen, wo ich das geblootet habe. Ist das hier irgendwo dabei? Warte, ich gucke mal das durch jetzt. So, das ist hier nicht. Ist klar, das auch nicht. Hier auch nicht. Hiervon habe ich ein paar gekriegt von Küchlein auch wieder. So, weiter gucken. Nein, nein, nein. Da, Drachenkörperstein. Da ist er doch. Drachenkörper erlangen wie ein Drache Grollen. Aha. Ich weiß nicht, was das ist. Ich dachte, Drachenkörperstein, weil das ja schon sein Name heißt, ist... Ich dachte, das wäre irgendwie so ein... Einer von den Gäms, die ich mir draufknallen kann oder so. Aber gut, dann ist das halt sowas. Also, ich... Oh Gott, jetzt habe ich gerade geschaut. Eieiei. Nicht fallen. Nicht fallen. Also, ich bin hier lang. Da wollte ich erstmal aufräumen, wo die Ratten hier rauskamen, mich runtergeschubst haben. Kloppe ich mich hier so lang. Das Teil habe ich dann extra noch nicht aufgehoben. Weil jetzt kommt mir nicht folgendes. Ich dachte, ach du Scheiße. Hier gehen wir gleich rein. Mal gucken, was das ist. Okay. Guck mal hinten. Hier sind zwei... Zwei Thun. Dann sind das beides Mimics. So kurz hintereinander. So viel auf einmal. Guck mal, die bewegt sich. Das ist ein Mimic. Daran sieht man es jetzt. Das klauft auf und zu. Ja. Und hier? Passiert das ja nochmal? Ja, jetzt. Okay, das ist ein Mimic. Und hier? Beweg dich nicht. Ich möchte jetzt nicht sterben. Wirklich. Ach, warte mal. Ich habe eine Idee. Ich werde es vorher... Heimatknochen hier rauflegen. Den anvisieren. Und dann gleich abhauen, wenn es noch einer ist. Und dann porten. Okay. Super. Alles klar. Alter Zellenschüssel. Oh cool. Oh fuck, was da los? Was sind das denn für Geräte? Die sind neu. Oh. Oh, das ist ein Mimic. Oh, das ist ein Mimic. Okay. Okay, okay, okay. 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 Das sind ja diese Fluchdinger, oder nicht? Scheiße. Scheiße, scheiße. Schnell woanders zum Laufen, wo ich ganz schnell mein Leben kriege. Meine Seam. Fuck, 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 fuck. Jetzt lade ich ganz gut. Das sind ja die Dinge aus der Pharaonscheiße da, wisst ihr. Gut, Glück gehabt. Glück gehabt. Warum sind noch ein paar mehr von den Fluchern? Alten Zellenschüssel. Ich wüsste jetzt nicht, was so irgendwo versperrt ist, äh, verschlossen ist. Was ich damit öffnen könnte. Ach, scheiße auf die. So, ich zeige euch, wo es dann weiterging. Wenn ich hier rein. Dann kamen mir zwei Riesenratten entgegen. Hier vorne haben wir nochmal an dieser Leiche hier droppen Jaucheküchelein. Zwei Stück. Dann bin ich hier weiter. Hier muss ich aufpassen, weil der hinten war ich noch nicht. Da. Ganz viele von denen. Habe ich keinen Bock drauf. Schnell hier um die Ecke bin ich gelaufen. Mich würde immer interessieren, was hier links ist. Es ist nicht, dass da ein Leuchtfeuer ist, äh, und ich so weit weg von einem bin. Weil hier sieht es nämlich schlimm aus. Hier habe ich dieses Drachending gefunden. An dem Teil hier. Wo ich vorstehe jetzt. Ich weiß nicht, ob die irgendwas sagen. Ich weiß nicht, ob die hier zu leben erwecken, wenn ich die anschließe. Oder anschlage habe ich noch nicht gemacht. Dann bin ich hier hochgefahren. Unterwegs sieht man hier oben gleich. Da steige ich jetzt erstens gleich mal wieder aus. Habe ich auch noch den Klingeln nicht genommen. Blitz. Blitzklinge. Cool. Oh fuck. Okay. Äh, wie rufe ich denn jetzt wieder runter? Hier ist kein Schalter. Scheiße. Scheiße. Ach ihr doch. Alter, ist der Hammer gewesen. Wirklich. Aber läuft Feuerwehr jetzt mal langsam nicht schlecht. Ich kann mir die Mütze holen, die ich wollte. Und ich könnte weiter meinen Schwerd verbessern. Schwarz-Klingeln ist eigentlich ganz geil für mich. Schnell macht viel Schaden. Allerdings ist die Reichweite von den Gunnern natürlich auch sehr gut. So. Hier war auch irgendwas nix tolles. Ich weiß nicht mehr was. Und dann habe ich hier aufgemacht. Bumm. Und jetzt bin ich hier wieder. In dem Kerker. Das heißt, ich habe mir eine Abkürzung hierzu aufgemacht. Theoretisch, weiß nicht, ich könnte jetzt hier zurücklaufen, glaube ich. Oder ist das hier ein Gegner? Das ist ein Gegner. Was? Achso, weil. Ja, da nehme ich. Schau, 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 schau. Hier rein, ne? Hier schwebt eine Säge. Kann ich hier irgendwie wieder hoch? Ich weiß nicht, ist das gerade gar nicht. Ja, guck mal hier. Ich bin hier draußen. Da kann ich auch gar nicht mehr in einem Kreis gebrauchen. Das ist natürlich blöd. Jetzt komme ich ja hier wieder den Weg runter, wo ich dann normalerweise runter springe und dann unten wieder reinlaufe zum Riesenhänd. Oh, 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 oh. Ach, da geht es auch noch lang, oder what? Scheiße. Aber ich finde einfach keinen, keinen Weg. Es sei denn, ich muss doch mal runter, wo ich sagte, wo ich noch nicht lang gelaufen bin, wo diese ganzen Brandeisentypen rumlaufen. Das wäre sonst noch vielleicht mal eine Möglichkeit zu gucken. Ansonsten muss ich den Weg hier irgendwie an den Viechern gleich vorbei nach oben Richtung Leuchtfeuer. Ich habe jetzt immerhin hier die Abkürzungen aufgelegt. Das heißt, oben einmal runter hüppen, oder... Ne, ist ja die falsche Seite, ne? Auf jeden Fall, irgendwie komme ich dann hier wutz und dann kann ich unten weiter. Von daher ist es schon mal nicht verkehrt. Ist ja wenigstens etwas gebracht. Aber wäre natürlich schön, wenn ich jetzt neues Leuchtfeuer kriegen würde. So, die Assis laufen jetzt gerade da hinten. Das ist meine Chance. Da kommen zwar die nächsten, aber schnell. Los. Aufpassen. Ist das ein Postkampf, oder was? Das ist ja ein bisschen schwierig. Der nächste. Fahne. Ich muss da stehen bleiben. Ich muss da stehen bleiben. Ah, stimmt. Stört. Ich will hier eine ganze Suppe. Ich will hier noch so ein Messerchen. Heini. Ah, es ist hier dunkel, ey. Boah, es ist eklig. Ich weiß nicht, was passiert. Oh, oh. Wir sind zwei, wir sind zwei. Oh, wir sind zwei. Oh. Einmal kurz weg. Einmal kurz weg. Die Schweine. Vielleicht kommt noch einer hinterher. Die Ratten waren zum Beispiel sehr aufdringlich. Die kamen mir auch... Ich bin zurückgelaufen. Da kamen sie mir gleich hinterher gewetzt. Unaufhaltsam. Erstmal eine und dann die nächste. Ah, die hat zurück. Die sind gefährlich dicht dran hier. Scheiße, Mann. Das ist scheiße. Schöne rein. Achso, das ist gut. Ich kann jetzt weg und das ist das Gerät. Ich kann jetzt weg und das ist das Gerät. Oh, ich kann jetzt weg und das ist das Gerät. Was soll das denn? Was ist denn das für ein Gerät? Ich bin in dem Gerät und kommt da rein. Ich lasse mich doch an. Spass. Gottlose Kohle. Kohle, nicht Asche. Kohle muss ich dem Typen bringen. Jetzt schmiedet er mir die neuen Sachen. Oh, oh. Hm. Ich mach einfach mal auf. Hier muss ich auf die andere Seite. Da ist nämlich irgendwas. Oh, da gibt's ja weiter. Okay. Mimic. Alter, wie viele gibt's davon? Oh Gott, da sind die nächsten. Oh, das ganze Apparatur hier. Oh, oh. Sind das die von hier? Gehen die hier so lang? Da durch das Ding und dann da oder was? Oh man, oh man, oh man, oh man, meine Spinnliste. Ich würde es einfach gleich durch hören. Der dringlich ist auch eine Tür. Der ist auch eine Tür, ne? Na, was kommt hier? oh 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 nein nein oh scheiße Scheiße. Na gut, ich konnte jetzt schnell hin, wenn ich wissen würde, wo ich landen muss. Kann ich jetzt hier vielleicht rein? Ach, das ist von dieser Seite. Ja, hätte ich den eigentlich abkürzend mal gehabt. Das wäre was Tolles. Scheiß, Dreck, Mann. Ich habe irgendeinen Schlüssel doch gekriegt. Vielleicht kann ich ja hier irgendwas aufmachen. Hier war doch irgendwas verschlossen, oder nicht? Der was nicht, der ist ja auf. Das was auch nicht, ist auch auf. Ach, hier. Verschlossen. Mann, meine ganzen Dings, ey, Seelen. Wie gesagt, es passiert wieder irgendwie so eine Scheiße, falle ich runter oder hier vorne so ein Geisteskrank im Brennenbrand. Also, f*** mich weg, ey. Mann, ich bin schon los. Boah, ich kann nichts machen. Guck dir die Scheiße an. Guck dir die, diese, diese Dreck-Sau. Das ist ja so ein richtiger... Das ist ja so, wer ist auf dem Weg, der drückt mal voll rauf, ey, ja? Voll die Assis, ey. War wirklich voll die Assis. Nein, nun mach oben das Ding wieder groß. Oder war der so klein? Das war's? So, welche Seite war denn das jetzt? Hier war's nicht, das war die andere Seite, ne? Wo die Tür auf ist. Das heißt, ich muss über die Brücke rüber und dann da irgendwie... F*** dich. Und echt, du brauchst so lange, bis er aufsteht, ja? Ne, das kommt ja auch nicht, wo war's nicht rein. Das war das Ding, das ist ja auch wieder gefallen. Insofern ist es hier. Im nächsten Fenster ist auch noch einer, äh, im nächsten Fenster, nächste Tür. Es sind zwei, glaub ich, waren das. Ja, die liegen wieder am Pen. Das ist echt noch, vielleicht geht's ja. Oh, wie sieht's aus? Besser ist. Warte mal. Ja, und hier hatte ich das Problem. Ach, die wenige, das kann man hier. Schnell hoch. Jetzt bin ich auf der anderen Seite. So. Ich hab wirklich ein bisschen in der Türste... Ne, hä? F***. Ich muss auf die andere Seite rüber, nach da. F***. Ich hab alles leider nicht so viel gewacht, dass das hinten... Es kommt so einer auch noch. Jetzt kann ich sehen, dass ich hier die Flicker wegkriege, ey. Ihn hier. Oh, oh. Wisst ihr? Guck mal. Von hinten ist hier dieses aufdringige Scheißviech. Hau bloß ab, Mann. Oh, nein. Oh nein, er kommt. Ich muss auch nicht runter. Ich muss aber... Scheiße. Hab ich eben schon wieder auf den Sack. Aber wenn ich jetzt da reingehe... hier... Hier... So, wo kommt er nicht hinterher? Ja, muss nicht falsch fallen. Na nun, komm um. Schnell hoch. Schießt trotzdem. Das bin ich ja wieder drinnen. So. Und von hier aus jetzt auch... Gegenüber rüber. Oh Gott, die Fisch... Oh Gott, die Fisch... Oh. Ich hasse jetzt... Ich hasse jetzt... Ich hasse jetzt... Hier ist nirgendwo... So. Aufpassen, wir sind noch ein zweiter. Dann sind wir auch alle wieder da. Okay. Das macht Spaß, ey. Du kannst tausend mal gleich einen Pissweg laufen. Nur weil du es nicht geschissen kriegst. So. Fahrstuhl holen und runter. Also das nächste Mal ganz einfach. Vom Feuer aus. Rechts hoch, wo wir die Tür aufgemacht haben. Runter hüpfen. Links lang anstatt rechts lang. Knappe hoch. Gegenüber auf der anderen Seite raus. Fahrstuhl runter. Schon super da. Ist eigentlich nicht soo weiter weg. Und nicht soo schlimm. Aber wenn man sich nur überlegt, was noch alles kommt, ey. Kann man sich gar nicht vorstellen. Vor allem muss ich da jetzt auch wieder durchüben, wie ja. Einigermaßen glimpflich. Und kein Leuchtfeuer weit und breit. So. Hier müsste jetzt irgendwo gleich das kommen. Schnell rüber. Was? Was? Geh noch mal. Kann da was? Ja, aber. Warte, stehen wir. so so ich könnte mich lieber oder? 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 ich kann wegsteppen der droppt immerhin was auch wenn es nicht so prickelnd ist aber so jetzt sind wir was ist das eine scheiße mit diesen wichsern lauf doch er sprintet nicht dieser dreckige wichser was ist das für eine scheiße er sprintet nicht er bleibt stehen ja ich habe volle Ausdauer oben ja jetzt läuft er auch gleich los was soll denn das ey Mann du so Problem ist jetzt an der Sache ich habe jetzt meine Sachen wieder na jetzt geht er doch höher der Balken fuck man aber ich habe noch kein Leuchtfeuer und ich hätte aber gern Leuchtfeuer ja ich möchte jetzt irgendwie an den ganzen Scheiß demnächst nochmal neu machen das wäre nicht so jubi so schneller rum hier los ab ihr das hört mal noch die Mimik hier vorne auch noch ey das müsste jetzt eigentlich mein Leuchtfeuer da hinten vermutlich irgendwie ganz stark einziehen okay er hat mich gesehen Scheiße wenn ihr nicht so rum geistern würden wie man so kann die brennen mich einmal und dann hat er das Problem die Penner im Arsch zu haben okay auf eins okay okay so weit so gut fuck wo komme ich denn jetzt hin ey ein Leuchtfeuer Leute scheiße kein Leuchtfeuer hier kommt der irgendwie voller Krieg ey ich guck erstmal ob hinten Leuchtfeuer ist bevor ich das Teil einsammel da da oben stand ich vorhin hab runtergeguckt und gesagt aber was ist denn da guck mal scheiße gottlose Hauptstadt scheiße ich wär schon wieder in der gottlosen Hauptstadt man Dingswehrmann fuck BALROCK BALROCK verfingter Shit ich laufe da lieber wieder hoch scheiße fuck der kommt hm was hätten Leuchtfeuer ach ne das ist doch ein Brandding scheiße muss ich gegen ihn kämpfen scheiße muss ich gegen ihn kämpfen da ist bestimmt krass mit dem Stoßangriff gottlose Stadt so wenn ich wüsste dass da ein Leuchtfeuer ist durch da reinwetzen sagt mir aber keiner dass da eins ist oder nicht ich könnte ja gucken ob ich an ihm vorbeikomme gut wie er da steht so nicht würde ich sagen gut wie er da steht so nicht würde ich sagen das ist hier nicht hoch das ist hier nicht hoch boah fassen ey ich hab ja nicht so viel man ich hab's jetzt Watching schon survivre die porque schenken Ah! ja war scheiße gesiegt mit glitch und so kommt nicht weiter aber ist mir vollkommen wurscht ganz ehrlich ich will nur noch meine punkte nach hause bringen ich brauche ein leuchtfeuer das war der einzige hier erst mal das ist ein aussicht hätte ja ich komme aber nicht hin und das ist ein scheiß man ich muss springen geht nicht von oben scheiße ich komme ich jetzt zu dem leuchtfeuer ach da ist eine leiter aber nicht gut glaube ich so hier runter ich will da eigentlich wieder hoch jetzt gehe ich ja noch weiter runter das ist doch scheiße da klebt irgendwas auch hier ist eine andere leiter okay dann komme ich da wieder hoch bitte 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 dann hole ich mir das ding unten auch gleich ab und auch draußen wo ich eben war boah man 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 ist aber auch eine gegend hier uuhuuhu sauber sauber kommen wir doch noch weiter ein glück ausstrecken und toter knochenspitter und toter knochenspitter sauber sauber sweet was haben wir uns in hier ja war klar aber auf der anderen seite gehe ich schnell hin und hole mir das ding ich hoffe nicht dass da jetzt noch irgendein anderes monster kommt es wäre krass zwei fette viecher aneinander und dann ab zum leuchtfeuer und erstmal punkte nach hause bringen von hier aus kann man auch da oben nochmal weiter ran und ein bisschen erkunden das ist ganz gut ja da hast du nicht das problem auch scheiße ich bin gestorben weil da sind ja echt viele von diesen brandleuten ja also passiert doch jetzt irgendwo was ne alles klar erstmal die seelen haben wir auch noch wir haben ja hat sich das denn was bewegt wir haben ja so schon ein level zusammen also fast ein level ich mache 23.000 glaube ich so und dann haben wir noch ein paar seelchen ein paar sachen die wir verkaufen können also ob da ein zweites level zusammenkommt glaube ich schon aber es ist jetzt eigentlich nur so ein auf dem plateau hier oben so ein leuchtfeuer und von da aus muss ich dann anders gucken wie ich weiter komme oder wie oder geht er von hier irgendwie weiter ich dachte da ist ein stein rausgebrückt egal was solls drachentöter großbogen ich habe mir lange nichts gesehen von dem wäre ja mal schön fällt meisterhaft ein großpfeil ab der alle in seiner bahn stehenden gegner durchschlägt und schaden verursacht cool so jetzt gebe ich bei ihm erstmal die kohle ab und guck mal was ich dann noch machen kann ach da kohle erging von der sache ja kohle woher habt ihr auf dieser kohle das ist viel zu schmerz ich sehe den abiss in es aber ein smith bleibt ich will nicht eine schmerzen aber verletze nahrt eure kämpfe ist für die flamme und für eure fellow kinn wie meine ein kursiert das ist aber Hoffnung bleibt nicht alles klar schönes ding erstens verstärken er schichert 1 2 3 verletzten der fiel vor eben gestern nach 3 die und C und der Schaden 133 plus 62. Das wärs ey. Blutiger Edelstein, ja klar, da geht der Blutungsschaden hoch. D auf C und 149 plus 48 wieder oben. Gift ist klar, haben wir nicht. Dunkle Edelstein haben wir auch. Abkündiger, okay. Was ist dann das alles? Hier würde ich ihn wieder auf 170 zu 70 machen, plus 70 machen und den Feuerschaden trotzdem noch. Das wär richtig fett für die Waffe. Hier knall ich auf 231. Jo. Leider nicht das, was ich mir dachte oder hofft hatte. Prudy, be careful. Ich will nicht. Wenn wir wieder mit Gerard hier, oder Gerard, Gerard besprechen, fängt wieder in die nächste Stadt. Oh, hallo, du bist in einem Stück. Ach so, okay. So, vielleicht Depokument jetzt. Da ich jetzt weiter gekommen bin, vielleicht traut er sich jetzt an das Zeug ran. An das Buch. Ah, ich... Ich bin afraid, dass ich das nicht... Es ist nur klar. Was ist eine Lehrerin ohne... Dann gehen wir mal mit Carina, oder Carim, oder wie sie heißt. Vielleicht hat sie wieder was noches. Oh, Chamble, du wirst dich... Mh... Mh... Ja, alles klar, das... Leckt mich doch. So. Ähm... Ähm... Mit dem brauche ich gar nicht, ich hab kein Foliant. Steht hier sonst noch irgendwie anderen neu rum? Nö, der da oben ist auch weg. Komm auch nicht mehr wieder. So, dann kann ich jetzt verkaufen. Und zwar dieses komische Set, was ich gekriegt habe. Ich hoffe, er kriegt brutal 500. In den Klamotten. Aber Brandeisen kann erstmal weg. 39. 5 Gewicht, bringt ja gar nichts. Spitzhacke hab ich auch gekriegt. Großhammer stoßen. 140. Oh, oh, oh. Soll man nicht unterschätzen. Gewicht 8. Werde ich erstmal... Mit Vorbehalt. 100. Ah, gibt nur 100. Gut, das uralten Zauber. Sieht auch scheiße aus. Ja. Was bringt eigentlich dieses Drachending? Wo sind wir da? Ne? Geht's blöd? Ach egal. Oh, guck mal hier. Heißt das, wenn das 10.000 da steht, dass ich dafür 10.000 Seelen kriege? Plus 8.000? Plus 5.000? Da bin ich bei 18.000. Ich könnte noch ein Level mit rein. Ich benutze jetzt einfach alles. Fuck off. Okay, let's go. Ich habe hart dafür gefarmt. Oh. Zehn Stück. Niedlich. Wie viel gibt's? 500 jetzt insgesamt? Na ja, immerhin. Auch klein viel macht es. Letztendlich genau die 500, die mir so oft mal fehlen. Oh, 1600. Ey, das wird viel. Warte, ich muss mal gucken. Ich brauche jetzt noch... Na ja, guck mal. 800 Punkte noch. Dann kann ich das Level machen. Und beim nächsten Mal... Ja, also ich hätte so 24.000 brauche ich noch. Ich müsste insgesamt kommen auf... Ach, ich kann schon lange machen. Sehe ich gar nicht. Ich habe falsch umgeguckt. Dann habe ich 700 übrig. Mhm. Jo, das heißt, ich bräuchte jetzt ungefähr noch so... 22.000, 23.000. Ich müsste auf ungefähr... 46.000 insgesamt kommen. Ob das machbar ist? Mal sehen. Mal sehen. Mal sehen. Mal sehen. Ja... Sieht sehr gut aus. das sind jetzt 8000 wenn ich den anderen jetzt nehme, gehe ich aber ganz schön krass oben rüber schieße ich übers Ziel gewaltig hinaus aber ich habe sonst nichts anderes ich hätte vielleicht mal mit dem großen anfangen sollen mit dem kleinen nach und nach näher Scheiße Willkommen zu Hause, Spieker Sehr gut, dann tatsache ich die Waffe oder ich gehe auf die Kondition um zwei putz 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 gleich auf 127 oh, guck mal, der macht die Kondition um zwei drei Schritte drei Sprünge das heißt ich mach den und Vita oder was das ist jetzt nämlich die Frage nachher kriege ich voll die Waffe mit 38 Stärke das wäre ja der Hammer und ich würde mich total ärgern die Merhältnisse von Dishpaß boah ist das schwer jetzt ey hmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm muhhhhhhmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm oh ich weiß nicht Leute, das ist scheiße ich machs so einfach egal was solls frag drauf Pech gehabt Was brauche ich jetzt als nächstes? So viel Theoretisch zu meinen jetzigen Dazu wären das nochmal kein 18.000 17.000 Das ist schon doll Waffe durchwirken Ich bin doch sehr dafür Womit weiß ich ehrlich gesagt nicht Dadurch geht der Schaden plus 48 Hier allerdings auf 172 Plus 71 Und dann aber nochmal für 149 Blitz Bei dem schweren Edelstein Beim scharfen jeweils 2 runter und plus 1 runter Hier ist der hintere Höhe dafür vorderen die Träger Was ist wenn ich jetzt wüsste ob das vielleicht besser wäre Dieses Schluss Ich weiß nicht was das soll Plus 84 Was soll das heißen? Der hat 164 plus 84 Also auf deutsch dann 248 Oder was ja So wenn man das so sieht Dann hat der hier 240 nur Und der 143 243 Das heißt jetzt der Der hier am besten Mach ich dir jetzt auch so schnell fertig Aus die Maus Warum ist Feuer weg? Äh Feuer geht auf 0 Oder Oh nein Hohohoho Ich bin fett und doof Im Kopf Jetzt habe ich das falsche gesehen Er stand ja 100 Ach geht auf 0 Ich dachte das verbessert sich auf nichts Oh nein Selten so blöde Selten so blöde Was kriege ich jetzt so ein Feuerding her? Ah bin ich blöd Bin ich blöd Bin ich blöd Bin ich blöd Und ich hätte mit dem Beichtstein erstmal runter machen können Dann wäre nichts passiert Dann hatte ich den noch Ich habe einen Beichtstein Ich habe einen Beichtstein Oh Ich hatte so eine tolle Waffe mit Brand Mit Feuer Die war so scheißegal Nein Ich musste ja hier unbedingt ran Ich musste das ja machen Oh Gott ey Fuck you Dunkel? Vielleicht soll ich den jetzt auch mit Dunkel überzaubern oder was? Warum geht das nicht? Ach das ist ja gar nicht Ja Da Irgendwie aber auch 105 plus 22 runter Oh fuck Ich habe keine Ahnung Jetzt ist es so schön Jetzt habe ich es so versaut Ich habe es versaut Ich habe es versaut Ich habe es versaut Oh Ich habe nicht mehr genug Um mir die Mütze zu kaufen Ich wollte mir die Mütze rein kaufen Fuck was kann ich jetzt verkaufen Oh ich habe voll verkackt ey Ja der kann weg Der ist fein in Reichweite zu Asche verband Auch nicht schlecht Aber guck mal 25 im Glauben Ne im Intelligenz Kriege ich nicht Da 30 im Glaube Versteckt die rechte Waffe mit Blitz Boah Halt dich vorsichtig Das fühlt sich toll an Ah Spitzhacke weg mit dem Pick Bevor ich noch mehr Probleme habe Und noch mehr Kacke verballer Und noch mehr Versaue Und noch mehr Versaue Was bin ich denn hier für? 24 Toll Das fehlen mir 1000 Dinger 1000 Obben Aschen 1 Ja egal Leute Ich werde auf jeden Fall erstmal hier einen Break machen Ich danke für die Aufmerksamkeit Bis jetzt lief es ja eigentlich ganz gut Nur der Rest war scheiße Ich hoffe es hat euch dann noch gefallen Lasst gerne einen Daumen nach oben da Einen Kommentar Teilt meine Videos Und bei den Freunden die ihr habt Und ähm Lasst doch gerne ein Abo da Jo Ich würde mich sehen wenn wir uns das nächste Mal freuen Ich würde mich sehen wenn wir uns das nächste Mal freuen Alles klar Ich würde mich freuen wenn wir uns das nächste Mal wiedersehen Bis dahin haut da rein Ich würde mich freuen wenn wir uns da auf jeden Fall Č Southern Jungs Ich hoffe das nicht Ich würde mich deutlich Ich würde mich nicht da auf jeden Fall Vielen Dank.